Unglaubliches ist passiert. Ein Riesenskandal. Ja, wir 2020 kann man wohl nicht mehr wählen, denn die diffamieren ihre Freunde. Was machen die wohl dann erst noch alles mit Gegnern? Solch eine Partei darf doch niemals in irgendeinem Parlament sein, die schon Diffamierungskampagnen gegen ihre Freunde macht. Was macht die dann wohl erst noch mit den politischen Gegnern? Welche unerlaubten Dinge und Strategien wird die dann wohl wählen? Wechselt wie Eva Rosen in die Basis. Also das tut mir jetzt leid um all die. Gerade in den letzten Tagen haben sich sehr viele Mitglieder von Wir 2020 EU hatten wir Kontakt mit und das war sehr positiv. In Nordrhein-Westfalen wollte man dem ganzen Landesverband empfehlen, mit uns zu kooperieren, mit den nextscientistsforfuture.de. Und jetzt tut es mir leid, aber das geht nicht. Also es gibt jetzt nur eine Möglichkeit für Wir 2020 sich von dieser, ich weiß nicht, wie sowas juristisch heißt, Verleumdung, Rufmord, falsche Verdächtigung. Denn wir werden ja da quasi auch so hingestellt, als hätten wir irgendwas Böses getan oder Unerlaubtes. Und das gehört ja dann in den Begriff falsche Verdächtigung sozusagen. Das ist ja so ähnlich, wenn man sozusagen jemanden in der Öffentlichkeit beschuldigt, dass er irgendwas Böses getan hätte und das stimmt nicht. Das ist ja eine Straftat an sich schon, ja. Also, aber eins nach dem anderen. Schauen wir es uns mal alles detailliert an, welche Ungeheuerlichkeit passiert ist. Also die liebe, 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 liebgewonnenen Freunde innerhalb der Partei Wir 2020. Es bleibt jetzt nichts anderes übrig, als wir, Eva Rosen, alle in die Basis zu wechseln. Denn solange nicht auf der Webseite von Wir 2020 EU eine riesige Entschuldigung für diese Ungeheuerlichkeit und das Parteiausschlussverfahren gegen die Mitglieder, die dafür verantwortlich sind. Und ich kann beeiden, ich kann beeiden, dass ein Vorstandsmitglied des Landesverbandes Bayern mir am Telefon in einem 19-minütigen Gespräch mitgeteilt hat. Ich kann nur beeiden, was ich mich erinnere natürlich, nämlich, dass das von ganz oben käme, diese Diffamierung ausgegangen wäre oder begonnen hätte und dass sie sich da quasi nur drangehängt hat, sozusagen. Und das heißt also, ich weiß nicht, ob das Wort Parteispitze gefallen ist, aber Bundespartei und so weiter. Auf jeden Fall kann ich nur beeiden, dass ich es so in Erinnerung habe, dass sie mir eindeutig angedeutet hat, dass der Ursprung dieser Diffamierung und sozusagen von der Parteispitze ausgegangen sei, der Bundesparteispitze. So, und so etwas kennen wir doch. Also, und wir regen uns ja auch gar nicht groß auf, wenn es von den üblichen Verdächtigen kommt, von linkskriminellen Verfassungsfeinden oder rechtskriminellen Verfassungsfeinden. Denn die, die natürlich fürchten, die uns wie der Teufel das Weihwasser, weil wir ja quasi all ihre Chancen auf eine Revolution und Diktatorenrolle von rechts oder von links ein für allemal ausschließen, weil bei uns ja es zu einer so versöhnlichen Lösung durch unsere Reformen in der Gesellschaft kommt, dass es einfach niemals mehr ein Potenzial für eine rechtskriminelle verfassungsfeindliche oder linkskriminelle verfassungsfeindliche Revolution geben kann und geben, ja, geben kann, wenn wir bekannter werden und unsere Reformen bekannter werden. Aber fangen wir mal an. Also, ganz kurz zur Information hier. Wo sind wir? Also, ich zeige mal hier was. Das ist aus der E-Mail. Ich zeige das nur. Die E-Mail haben wir dann rauskopiert, weil das hier schlecht zu bearbeiten ist. Sie sehen es auch schon, das schneidet hier alles ab und so weiter, wenn man das ein bisschen größer macht. Und da haben wir diese E-Mail rauskristallisiert, rauskopiert. Und dann hier, davon kommt es. Es kommt also von einer Ursula Hepp, Landesschaftsmeisterin Bayern, Partei Wir 2020. Ich habe, damit die jetzt nicht bedroht wird oder irgendwas von irgendwelchen für ihr skandalöses Verhalten, habe ich die restlichen Telefonnummern geickst hier. Und es ist also, die E-Mail ist Finanzen at Wir 2020 und so weiter. Daher kommt diese Verleumdung. Diese Person hat sich quasi da an eine Diffamierung oder Verleumdung rangehängt. So, und wir werden jetzt jeden Tag in einer anderen Sendung sozusagen Stück für Stück diese Ungeheuerlichkeit abarbeiten und dann danach dann noch die Kurznachrichten bringen, ja, sozusagen. Ja, also, hier, wir fangen mal mit der ersten Geschichte an. Also am 25.02., also gestern, 18 Uhr circa, schrieb Schatzmeister Finanzen, also Landesvorstandsmitglied Finanzen, Wir 2020 Bayern, EU, ja, nicht DE. Mit denen hatten wir ja sehr gute Kontakte teilweise, ja. Hallo, liebe X, wir schützen natürlich die Personen, die netten Wir 2020-Mitglieder, die alles richtig gemacht haben, vor, jetzt da, vor, indem wir deren Namen natürlich Xen. Nachstehend die Recherche, das ist, das ist also so, das ist also, wenn man also eine Diffamierungskampagne macht, nennt man das ja immer dann Recherche. Das ist ja die übliche Sprachregelung, ja, zu den oben genannten Webseiten beziehungsweise Videos. Ja, erste Frage, warum ruft man nicht an, wo wir ganz auffordernd, ganz direkt uns anzurufen. Bei uns kriegt man innerhalb, ja, aller spätestens, nach zwei, drei Stunden, kriegt man, kriegt jeder bei uns einen Rückruf und, äh, 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 also, warum redet man mit den Menschen nicht, sondern er findet Lügen über diese Menschen? Das weiß ich nicht warum, aber ich weiß, warum es die linkskriminellen Verfassungsfeinde und die rechtskriminellen Verfassungsfeinde tun, weil sie fürchten, dass ihr Süppchen nicht mehr gekocht werden kann, wenn die Next Scientists for Future bekannter werden. So, dann gehen wir mal die Lügen durch. Auf der Webseite hier, es existiert kein Impressum, also Lüge Nummer eins. Dann gucken wir uns mal das Impressum an, also, ähm, hier, Next, ach so, vielleicht erst die Vorinformationen, also erst einmal. Erst einmal, rein private Webseiten sind zunächst von der Impressumspflicht ausgenommen. Ja, bei geschäftsmäßigen Dingen, äh, die benötigen eine, eine Anbieterkennzeichnung. Also, es gibt keine Impressumspflicht für private Seiten. Und wenn sie bei uns angerufen hätten, die Leute, die wir 2020, äh, Mitarbeiter, dann hätten die auch feststellen können, dass wir, dass es keine privatere Homepage gibt als unsere. Denn wenn ein paar 23 Professoren und Doktoren sagen, liebe Frau Merkel, wir kommen gerne kostenlos, unentgeltlich, wir dürfen keinen Cent annehmen von außen, wir dürfen keinerlei, auch nicht nur, auch nur einen Cent von außen annehmen als Next Scientist for Future, als Weltrat, weil wir dann nicht mehr völlig unabhängig wären und nicht mehr nur der Wahrheit verpflichtet wären als die einzige Instanz in der Welt. Und deswegen, äh, und gibt, gilt die, gilt die Impressumspflicht auch für private, äh, äh, Webseiten? Nein. Ja. Und, äh, und, äh, und sogar die Parteien, dann wird auch noch darauf eingespielt, äh, dass man, dass wir doch gefälligst eine, ein eingetragener Verein sein müssten oder so. Da wird, werden wir, das nennt man ja dann wohl falsche Verdächtigung, als gäbe es eine Pflicht für Privatpersonen, für Privatvergnügen, nämlich Frau Merkel zu, äh, zu helfen in den Ministerien per Online-Konferenzen kostenlos zu besseren Reformen zu verhelfen, äh, äh, oder einer Partei, eine Partei durch Online-Begleitung zu helfen, sozusagen, äh, diese privaten Aktivitäten, Freizeit- und Privataktivitäten, es gibt nichts Privateres als das, und, äh, die Sache so hinzustellen, als müssten wir ein eingetragener Verein sein, äh, das ist, äh, eine Ungeheuerlichkeit, ja, denn hier sehen Sie die Rechtsformen der Parteien, traditionell sind die meisten Parteien in der Rechtsform des nichts-rechtsfähigen Vereins, also ohne jegliche Bürokratie nach außen hin organisiert und ohne jegliche Mitteilungspflicht auch des Inneren nach außens hin, ja, so zum Beispiel auch die SPD, die CDU, das sind also keine eingetragenen Vereine, noch nicht mal diese Großparteien, Bündnis 90, die Grünen und die PDS, die CSU und die FDP dagegen sind eingetragene Vereine, ja, diese bevorzugende Rechtsform des nichts-eingetragenen Vereins begründet sich historisch in dem Versuch, den mit der Eintragung des rechtsfähigen Vereins in das Vereinsregister verbundenen staatlichen Auflagen und Kontrollen zu entgehen. So, das können wir jetzt auch zumachen. So, jetzt bin ich wieder falsch hier. So, dann gucken wir mal weiter. Na, gehen wir erstmal wieder hier zurück. Wo war's? Äh, wir waren hier gewesen. Also, auf der Webseite Next Scientists for Future sind weder die Namen der Wissenschaftler, die haben wir, die hatten wir zum Beispiel, wir hatten sechs oder ne, sieben unserer Professoren mit schönem Foto, richtig schön in der Homepage drin gehabt und prompt haben die linkskriminellen Verfassungsfeinde und rechtskriminelle Verfassungsfeinde die Professoren terrorisiert und schikaniert und so weiter und haben zwei unserer guten Professoren dadurch durch ihren Terror zum Austritt bewogen. Also, jeder Mensch versteht, dass wir jetzt dann die Bilder rausnehmen mussten, die Namen rausnehmen mussten, damit wir es diesen linkskriminellen Verfassungsfeinden und den rechtskriminellen Verfassungsfeinden nicht allzu leicht machen. Ja, nicht übermäßig, wir haben es denen einfach unheimlich leicht gemacht, diesen Terror auszuüben, ja. Noch ein Verantwortlicher für die Inhalte aufgeführt. Wir hatten auch früher im Impressum jemanden sogar mit der Angabe seiner Straße und Hausnummer und Wohnort, aber das war dem dann auch zu gefährlich. Ja, also, und die Lüge, es existiert kein Impressum, also schauen wir uns, überführen wir diese Lüge oder diese, ja, was ist das eigentlich, Rufmord, Diffamierung, Rufmord, Verleumdung, falsche Verdächtigung, denn hier wird ja quasi so getan, oh, das sind böse Menschen, die tun was Unrechtes, die da, ja, und jetzt schauen wir uns mal die Realität an. Ja, wir ziehen also ganz runter, unter zu Kontakt, das ist also quasi, wenn man Kontakt anklickt, dann, ach so, das geht, doch, Kontakt, da steht es doch, Kontakt anklickt, endet man hier, ja, dann hat man hier Telefonnummer, ja, hat jedes Parteimitglied von WIR 2020 seine private Telefonnummer angegeben, seine Telefonnummer, wo man persönlich mit den Leuten sprechen kann, die E-Mail-Adresse und die Wohnanschrift und den Wohnort, die meisten verstecken, der Parteimitglieder verstecken sich doch auch. Und dabei geht es bei Parteien, kann es potenziell ja um Millionenbeträge von Wahlkampfgeldern und Parteispenden gehen und dass die vielleicht irgendwelche Angaben machen müssen, das könnte man ja noch verstehen und auch die dürfen sogar nicht rechtsfähige Idealvereine zum Beispiel bleiben, ja. So, und dann zieht man hier runter und sieht hier Videosachen und dann sieht man Impressum, ja, und dann klickt man da drauf und dann steht da, aufgrund schlimmer Belästigungen der WissenschaftlerInnen durch einen Linkskriminellen und aus Angst vor Rechtskriminellen müssen auch wir uns schützen. Leider können deshalb ausschließlich seriöse Institutionen, die ProfessorInnen und Professoren über die ehrenamtlichen Helfer, Botschafter und Assistenten erreichen. Liste ProfessorInnen und Professoren auf telefonische Anfrage. Das heißt, wir haben einfach nur Folgendes gemacht, es diesen Linkskriminellen und Rechtskriminellen und solchen bösartigen Personen wie dieser Person in diesem Mitglied von oder dieser internen, parteiinternen Person von wir 2020 sozusagen, ja, wie gesagt, angeblich aus den Vorstandsregionen kommend, nicht allzu leicht zu machen, ihre Diffamierungskampagnen sozusagen und ihren Diffamierungsterror zu leicht. Wir wollten es einfach nicht mehr zu leicht machen. Und trotzdem steht hier unsere direkte telefonische Erreichbarkeit. Wir setzen uns also auch der Gefahr eines Telefonterrors damit aus, ja, immerhin. Ja, und das macht fast niemand von den Parteien, ja, fast niemanden können sie persönlich direkt telefonisch erreichen. Und hier steht sogar, wo unser Büro ist, Köln, Deutschland, Germany, Telefon Köln hier und E-Mail-Adresse, ja, Info at Next, Scientists for Future, ja, und wir benutzen hier, wir verwenden keine Cookies und nichts und so weiter, ja. Also, damit ist diese Person und damit wir 2020 und angeblich aus der Parteispitze kommen damit ist und bewiesenermaßen vom Landesvorstand Baden-Württemberg kommend, ist die erste Lüge, Verleumdung, ich weiß nicht, was es ist, falsche Verdächtigung oder irgendwas, da sollen sich die Juristen drüber streiten, wie das heißt, aufgedeckt, diese erste ungeheuerliche Unwahrheitsverbreitung aufgeführt. Und das Ganze ist offensichtlich darauf angelegt, sozusagen, unserer guten Sache schwersten Schaden zuzufügen. Und ich zeige noch mal kurz unsere, die gute Sache, ja, ich gehe noch mal hier, ja, ich brauche ja nur hier drauf gehen, dann müsste es ja hochziehen. Ja, schauen wir, wir brauchen nur, man braucht nur ein paar Zentimeter runterziehen, dann steht hier Wikipedia. In einer Umfrage des Magazins Prospect wählte eine Auswahl britischer und US-amerikanischer Juroren, Richard Dawkins 2013, also dem berühmten Professor Richard, weltberühmten Professor Richard Dawkins 2013, zum weltweit wichtigsten Denker. Zitat Ende. Weiterentwicklung und geistiger Nachfolger von Dawkins wurde 2018 der Weltrat mit seinem Arbeitskreis Next Scientists for Future. Wir behaupten also, stellen also die Hypothese auf, kann ja auch jeder widersprechen, dass die Summe unserer 23 Professoren, Doktoren und so weiter noch mal zwei, drei Klassen kompetenter ist als dieser Professor Richard Dawkins, als der 2013 benannt wurde, zum weltweit wichtigsten Denker. Ja, und damit, wir sind ganz sicher, dass diese 23 Professoren, Doktoren noch mal zwei, drei Klassen kompetenter und besser und weiterentwickelter sind als Professor Richard Dawkins, auch wenn einige beim Weltrat, man sagen kann, vielleicht diejenigen sind, die Richard Dawkins teilweise 10, 20, 30 Jahre intensiv studiert haben, jedes Wort von ihm studiert haben sozusagen und ihn fast in- und auswendig seine Erkenntnisse kennen. Also wir tragen seine Tradition fort und entwickeln sie weiter. Er lebt ja noch, meines Wissens jedenfalls. Und ja, und jetzt zum Beispiel, ja, na, gehen wir Stück für Stück vor. Gehen wir mit der nächsten, machen wir noch eine Lüge für heute, noch eine Unwahrheit, noch eine, ja, falsche Verdächtigung oder was. Also das, dieser Text hier, ich lese noch mal vor, das ist, stellt eindeutig so hin, als würden, hätten wir etwas Verbotenes, vielleicht sogar Kriminelles getan und seien also böse und schlecht und das ist eine falsche Verdächtigung, meines Wissens. Ich lasse mich da gerne von den Juristen korrigieren. Denn es wird so dargestellt, also lesen Sie es selbst noch mal, auf der Webseite nextscientistsforfuture.de sind weder die Namen der Wissenschaftler, als ob wir es den Linkskriminellen und Rechtskriminellen so leicht machen würden. Außerdem jeder Mensch mit ein bisschen Verständnis für die Situation in Deutschland, der würde sagen, auch wenn es für uns eine Impressumspflicht gäbe, der würde doch sagen, es ist doch klar, dass da keiner bei solchen Bedrohungen seinen Privatnamen und Privatadressen nennen will, bei solch einer privaten Homepage, wo es nur darum geht, wir als Privatpersonen, liebe Frau Merkel, wären bereit, in unserer Freizeit Ihnen die Reformen in Ihren Ministerien durchzuführen, die das Land braucht. Das ist ein rein privates Angebot, unentgeltlich, kostenlos, ohne einen Cent kosten und so weiter. Denn das ist der, wir ehrenamtlichen Assistenten, ehrenamtlichen Helfer und ehrenamtlichen Botschafter und früheren professionellen Botschafter des Weltrates, ja, wir dürfen selber einfach unser Taschengeld nehmen, die einzelnen Professoren und dürfen sogar Ehrenbotschafter anstellen, das dürfen wir, aber damit sind wir immer noch Privatpersonen, denn sie sind auch immer, auch dann, wenn sie selbst, was weiß ich, eine Putzfrau beschäftigen, sind sie immer noch eine Privatperson. Zwar nicht in dem Verhältnis zur Putzfrau, aber wir, seit langem, gibt es bei uns nur noch ehrenamtliche Botschafter, es gibt niemanden mehr, wo der eine in seine Tasche greift, also was weiß ich, ein Professor irgendwas spendet oder schenkt und ein anderer dafür Geld bekommt, das gibt es praktisch schon seit langem nicht mehr, sondern die Botschafter sind alle ehrenamtlich, genauso wie die Helfer und die Assistenten. Es existiert kein Impressum mit dem Tenor, das sei etwas Verbotenes und Schlechtes. So, dann machen wir heute nur noch den zweiten Punkt, Sie sehen, das ist eine ganz lange Liste, wir machen heute nur den zweiten Punkt noch, dieser falschen Verdächtigungen oder was es ist. Auf der Webseite Weltrat der Weißen Beebworld ist eine Liste mit Wissenschaftlern aufgeführt, die entweder nur aus deren Namen und deren Wikipedia-Einträgen besteht, die dort verlinkt wurden. Manche werden als aktive Wissenschaftler AW dieses Weltrates gekennzeichnet. So, soweit könnte man sagen, das ist so ein Versuch einer Schlechtmachung, warum auch immer, was auch immer daran schlecht ist, wenn da die Namen und die Wikipedia-Einträge bestehen, soweit sie vorhanden sind. Es sind nicht für alle, nicht für jeden Weltspitzenprofessor gibt es einen Wikipedia-Eintrag, abgesehen von der Fragwürdigkeit auch von Wikipedia in vielen Dingen. Ja, denn auch Wikipedia steht ja im Verdacht, dass sich dort auch bis zu einem gewissen Grad linkskriminelle Verfassungsfeinde teilweise austoben. Ja, das ist ja, also es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass der Verfassungsschutz Wikipedia beobachten müsste. Ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Es existiert meines Erachtens kein solcher Expertenrat. Ja, also krasseste Lüge, eine krasseste Lüge, also sozusagen gibt es etwas, einen schlimmeren Weg, eine Sache schlecht zu machen, in den Schmutz zu ziehen, Rufmord zu betreiben, als solch eine Behauptung. Sondern es wird nur der Anschein eines solchen erweckt. Es existiert kein eingetragener Verein mit dem Namen Next Scientists for Future, so als ob es eine gesetzliche Pflicht für ein paar Privatleute gibt, die eine kleine private Homepage machen. Was ist jetzt passiert? Achso, jetzt sind wir wieder zurück. Dabei ist es unendlich einfach. Jetzt muss ich doch wieder zurück. Jetzt decke ich diese unverfrorene Lüge auf. Dass sowas von linksextremisten, linkskriminellen Verfassungsfeinden kommt und rechtskriminellen Verfassungsfeinde, so nach dem Motto, wir versuchen alles. Wir holen einfach jede Lüge raus und versuchen, Rufmord zu betreiben. Auf Teufel komm raus. Was interessiert uns die Realität? Wir wollen einfach nur Rufmord begehen. Dabei braucht man nur hier auf unserer Homepage ganz oben hin ein paar Zentimeter runterziehen. Dann sieht man hier Wirtschaftsmagazin Österreich-Trend. Dann sieht man hier der Trend. Der Chefredakteur Online hier im Gespräch mit mir, Don Dillen und einem unserer Top-Mitglieder, Professor Mertens. Und da könnten Sie, wenn ich das jetzt laufen lassen würde, würden Sie im Originalton die Stimme von Professor Mertens von mir hören, von dem Online-Dings. Das gibt es in Printform, das gibt es als Sendung hier und so weiter. Und diese Sendung hier zum Beispiel hat alleine, nur diese Ausgabe hat 1930 Klicks, hat 29 Likes, 5 Dislikes, ist auf unserem Sender ein Re-Upload, auf unserem Sender mit freundlicher Genehmigung von einem anderen Sender und so weiter. Und dann, da sieht man alleine hier sieht man 1, 2, 3, 4 Varianten genau dieses Talks. Man kann sich also den immer gleichen Talk in lauter Varianten, kann man die Original-Tonspur hören und so weiter. Und hier, da hier, wenn ich das jetzt anklücken will, ich will nicht zu viel diese Namen verraten, unsere Professoren hier, Dr. Jakob, Professor Paraskevopoulos, Professor Strube, alle können Sie im originaler Stimme, originalen Ton, im Gespräch mit Journalisten und mit mir als ehrenamtlicher, es muss immer ein ehrenamtlicher Assistent dabei sein, wenn jemand vom Weltrat und den Next Scientist for Future auftritt, Weltrat der Weisen. Ja, und, ja, also Sie können hier sehen, dann zum Beispiel ein Gespräch mit Außenexperten, mit zwei Zahnärzten, einem Journalisten und mit mir als Vertreter des Weltrates und der Next Scientist for Future. Also es ist eine Ungeheuerlichkeit, mit welcher Dreistigkeit hier einfach wir 2020, ich muss es ja so sagen, also ich, 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 ich kann es ja beeilen, dass mir mitgeteilt wurde, dass das diese Mail von wir 2020 ausging und dass sich der Landesvorstand Baden-Württemberg diese Verleumdungskampagne nur noch ausgeweitet hat, aber sich quasi auf eine von der Bundespartei kommende Verleumdung oder Diffamierung oder falsche Verdächtigung drangehängt hat. Lassen wir es mal so weit gut sein, denn wir brauchen ja noch, sonst wird die Sendung zu lange. Morgen geht es weiter, morgen geht es mit der Nummer 3 weiter, ja, also mit diesem ungeheuerlichen Skandal, ja. Also aus meiner Sicht, ich fasse zusammen für heute, allein diese zwei Punkte reichen schon aus, um zu sagen, solch eine Partei mit einer derartigen Diffamierungspraxis oder falschen, Praxis von falschen Verdächtigungen, was ja echte Straftaten sind, meines Wissens jedenfalls, ich lasse mich gerne von Juristen korrigieren, solch eine Partei darf niemals irgendwo in irgendein Parlament hinein, aus meiner Sicht, ja. Also deswegen, also ganz klar wechselt alle, alle, die es gut meinen innerhalb der Partei Wir 2020, alle, die es gut meinen, wechselt sofort in die Basis oder einige sind ja noch Mitglied bei Wir 2020 DE und ja, also und jetzt nächstes Schluck Wasser. Ach so, ich habe ganz vergessen, hier unten rechts bitte unbedingt schneller drehen an dem rundlichen Ding. Man sollte YouTube-Sendungen aus meiner Sicht immer nur mit 1,5 bis zweifacher Geschwindigkeit schauen. Bitte drehen Sie jede Sendung schneller, weil ich ja so langsam spreche. Schluck Wasser. Aber damit ist jetzt bis auf, wenn nicht auf der, mitten auf, direkt zu Beginn der Homepage von Wir 2020 eine ganz große Entschuldigungsgeschichte stattfindet, Wiedergutmachungsgeschichte und so weiter stattfindet und ein Parteiausschussverfahren gegen die beteiligten Personen dieser, dieser Schmutzkampagne sozusagen. Wenn, wenn das nicht sofort geschieht, dann ist jetzt die Sache entschieden mit der Landtagswahl Baden-Württemberg. Alle Stimmen bittend ausschließlich in die Basis. Das heißt nicht, dass die Basis jetzt unbedingt eine gute Partei ist. Aus meiner Sicht ist sie unendlich weit von einer guten Partei noch entfernt. Ich bin ja der Einladung des Landesvorsitzenden Baden-Württemberg gefolgt und habe an einer Sendung teilgenommen, über die ich jetzt berichten werde. Aber ich bin der Meinung, meine persönliche Meinung ist, dass die Basis noch die am wenigsten schlechte unter all den schlechten Parteien gibt, ist, die wir in Deutschland haben. Also sage ich, also wählen ja und eben nur die Basis als das allerkleinste übel übel von allen und und genau genommen könnte man auch, ja, also dieses Video, vielleicht nennen wir es auch die Zerstörung von wir 2020 entsprechend dem Video von Riesow, die Zerstörung der CDU, ja, wir nennen es dieses Video ja die Zerstörung von wir 2020, weil damit hat sich wir 2020 selber verabschiedet, ja, denn sie hat sich selbst als unwählbar geoutet, ja, und hat sich damit selbst zerstört, denn jetzt ist sie raus aus dem Rennen, das heißt also jetzt ganz klar im jetzigen Zustand bedeutet das, dass wir hiermit wir 2020 EU, das gilt nicht für wir 2020 DE sozusagen jegliche Bereitschaft Reformen zu unterstützen oder Reformen durchzuführen für wir 2020 endgültig entziehen und das bleibt ausschließlich für die Basis und die Fraktpartei erhalten unser Angebot und für anderen Neuparteien und so weiter und für andere Parteien ja aber mit dieser mit diesem mit diesem ja mit dieser falschen Verdächtigungskampagne die die wird ja noch viel schlimmer also seien sie gespannt was da alles noch kommt das war jetzt der harmlose Beginn ja das wird morgen es wird also jeden Tag schlimmer weil das sind ungefähr 20 Punkte einer ungeheuerlichen Diffamierungskampagne und ja seien sie gespannt drauf was was als nächstes kommt ja also die Basis ist jetzt unter den Blinden der Einäugige ich war also da und es ging um Machtbegrenzung und da hat sich die Parteispitze Baden-Württemberg also bei wir 2020 gibt es ja auch indirekt sehr viele Bekenntnisse zu Anthroposophie von Rudolf Steiner ob das glücklich ist habe ich ja ganz oft schon kritisiert ob man sich sozusagen indem man jetzt eigentlich eine Rudolf-Steiner-Partei ist und das das ist halt hoch hoch bedenklich ja und es war dann gestern auch so wie ich gefürchtet habe erst einmal hat man die Zuschauer erst reingelassen sodass gar kein Vorgespräch möglich war wo man hätte mal abklären können ob man sich das überhaupt antun muss ob man überhaupt zu Wort kommen kann ob überhaupt diese ganzen basisdemokratischen Dinge bei die Basis die ob das überhaupt stattfindet oder ob das alles eine Scheinbasis Demokratie ist ob nicht doch da heimliche heimliche nichtbewusste Diktatoren und Herrscher und Machtausübende sind also das Thema war ja Machtbegrenzung und die Sendung wurde in einer mächtigen Weise durchgeführt also nicht in einer machtbegrenzten Weise sondern in einer mächtigen Weise die Alleinmacht hatten bestimmte einzelne Personen und sonst niemand und die anderen hatten im Prinzip nichts zu sagen außer dass so ein paar vom Thema ablenkende Leute durften quasi so wie bei so einem Kaffeeklatsch irgendwas sagen weil keine Regel aufgestellt wurde dass bitte nur der sich zu Wort oder die Person sich zu Wort melden möge die eine ganz konkrete Reform und Lösungsmöglichkeit beschreiben möchte zum Thema Machtbegrenzung und stattdessen begann das Ganze dann so dass man sich dagegen nicht wehren konnte dass man sich das ganze sinnlose die ganze Zeitvergeudung von drei Stunden anhören musste man wurde quasi gewissermaßen gezwungen das alles erst einmal passiv konsumieren zu müssen weil man keine Möglichkeit hatte eingreifen zu können und es begann alles mit einem offenen Bekenntnis der Partei die Basis zu Steiner ja und aber eine Rudolf-Steiner-Partei gibt es doch schon zum Beispiel die Partei die Violetten ist doch schon eine esoterische philosophische Partei und die landet immer bei 0,1% ja und jetzt so quasi die Partei die Basis zu outen als die Steiner-Partei oder die neue Variante der Violetten ob das vorteilhaft ist da habe ich meine großen Zweifel daran aber wie gesagt wir können ja nichts anderes tun als zu versuchen dass jetzt die Basis 5,0% bekommt und dann dass sie dann vielleicht zur Vernunft kommt und uns als und endlich sich öffnet in Basis demokratischer Weise für alle Experten und ihr völlig falsches Konzept aufgibt ne ja also was der Basis halt immer noch fehlt zur Basis Demokratie ist die völlige Freigabe für alle Methoden für alle Experten egal ob extern oder intern und darüber dann dass alles konsensiert werden muss jeder bei der Basis muss sich auch fragen oder muss doch mal seine oberen seine Machthaber fragen warum so viele Leute in die Basis die Information dass wir die next scientists for future .de als kostenlose Experten völlig zur vollständigen Verfügung als Hilfe für die Partei stehen würden warum das nicht weitergeleitet wurde sondern der Parteibasis verschwiegen wurde aktiv verschwiegen wurde was läuft da also das sollte sich jedes Parteimitglied sollte diese Frage an den Vorstand stellen Schluck Wasser denn ich habe dann im Chat wenigstens dann irgendwann habe ich sozusagen meine Langeweile über diese völlige Zeitvergeudung von drei Stunden inhaltsleerem Gerede sozusagen kundgetan und dann habe ich doch viele Antworten bekommen oder viele viele haben mich angesprochen im Chat dass sie doch dass sie es für unbedingt nötig halten dass die Next Scientists in eine Sendung eingeladen werden von die Basis und man hat auch gefragt ob wir nicht auch Technik haben ja und da habe ich gesagt dass natürlich wir können ja jeden Tag im Prinzip drei vier Talkshows produzieren jeden Tag und so weiter worüber dann die Basis der Partei konsensieren könnte und so weiter ja über jeden einzelnen Punkt und ja gut und und dann war so auch Thema so ein bisschen das ist ja war alles altes Thema schon völlige Freigabe für alle Methoden für Lehrer und Heiler aber das entscheidende ist dass wir das eben für fahrlässig halten wenn nicht unsere Methoden der Messung zum Beispiel der Kinderförderungsleistung und der Gesundheitsförderungsleistung wenn das nicht stattfindet dann ist es sozusagen gefährlich weil dann ja dass ein Freifahrtschein dafür ist theoretisch könnte ja auch ein Lehrer dann hingehen wenn er frei über sein Konzept entscheiden darf dass er die Prügelstrafe einführt und Kinder verprügeln darf weil er das als Lehrer pädagogisch für richtig hält dann könnte er ja zum Folterer von Kindern werden also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber Sie wissen was ich meine also es muss schon eine Leistungsmessung her und keine Narrenfreiheit und dann auch ja zum Beispiel war auch das Thema Zahnärzte und da hat man sozusagen gezeigt dass man nichts verstanden hat wenn ich doch Zahnärzte als Mitglieder der Partei habe dann darf ich doch nicht den Bock zum Gärtner machen und Zahnärzte über die Zahnärzt Reform entscheiden lassen weil Vorsicht die werden die werden doch wenn die nämlich sagen ja gebt den Zahnärzten mehr Geld dann ist doch klar dass die als Experten in ihren Geldbeutel reinreden und einfach Böcke sind die man zum Gärtner gemacht hat also man muss doch bei jedem Experten vorsichtig sein und wenn ein Zahnarzt eher plädiert für eine Sache die am Ende mehr Geld für Zahnärzte bringt dann muss man doch solche Leute eben als Experten eher tendenziell aus dem Thema Zahnärztereform ausschließen und aber Zahnärzte die selbst Reformen vorschlagen die eher für sie selber weniger Geld bedeuten könnten die sollte man durchaus hören weil die offensichtlich nicht nur für den eigenen Geldbeutel sprechen sondern wirklich für die Sache sprechen also man muss doch ganz differenziert mit Experten umgehen oder wie wir das formulieren wir müssen doch gucken ob ein Experte wie weit ein Experte Träger von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Spaten ist es können ja auch sein dass er Opfer der vorteilbringenden Irrtümer anderer Spaten ist und die transportiert ja und dann hatte jemand im Internet im Chat bei der Sendung dann den Vorschlag mit diesen 1000 Personen Bürger Parlamenten und so weiter angesprochen und und so weiter und ja und das geht eben nicht weil das ist verfassungsfeindlich sofern es sich nicht um eine echt repräsentative Wählerstichprobe handeln würde und die wird man nicht hinkriegen weil man ja die Leute nicht zwingen wird können an dieser einen Monat die eigene Karriere ruhen zu lassen und zu vernachlässigen alle alle Karriere Chancen aufzugeben für einen Monat und und eben für den Staat Politik zu machen und zu regieren quasi also das wird nicht kommen es wird keine Mehrheit geben für diese tausend Personen Lösung ja ja und und wie gesagt gute Experten sollten ja auch gar kein Mitglied sein damit kein Personenkult innerhalb der Partei um diese Experten entstehen kann wegen ihrer besonderen Konfetenz deswegen müssen die draußen bleiben das ist nochmal deutlich geworden und der Witz ist auch die guten Experten wollen ja auch niemals Mitglied einer Partei zu werden ich denke werden denn ich denke mir zum Beispiel der berühmte Hans-Olaf Henkel der wird das wahrscheinlich wahnsinnig bereut haben seinen Fehler Mitglied geworden zu sein bei der AfD und die zum Erfolg getragen zu haben denn jetzt ist sein Ruf ruiniert er gilt jetzt lebenslang als jemand der irgendwann mal mit diesen bösen Rechten gemeinsame Sache gemacht hat was er ja nie wollte aber er hat sich jetzt selbst beschmutzt dadurch und deswegen ist jeder vernünftige Mensch weigert sich als Top-Experte in eine Partei zu gehen weil er dort er kann ja eigentlich nur seinen Ruf ruinieren wenn das irgendwas schief läuft mit der Partei ja so also ich fasse aber noch mal zusammen um mal das Gute von die Basis zu betonen niemand will offensichtlich will niemand bewusst macht an sich reißen bei die Basis dennoch geschieht sie total und leise und unbewusst und nicht bewusst denn die ganze Situation ich bin ja als ehemaliger Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse darin jahrzehntelang ausgebildet die Szene wahrzunehmen und die Szene war eine Machtszene da haben einige wenige Personen entschieden wer reden darf und wer nicht und das ist Machtausübung total die Entscheidung wem das Wort erteilt wird und wem nicht ich habe mich also ungefähr hundertmal gemeldet und bin nicht drangekommen obwohl nur ganz wenige Leute sich überhaupt zu Wort gemeldet haben ja ich bin nur einmal drangekommen und wurde da auch eben so runtergebremst so nach dem Motto wir wollen eigentlich die andere Seite wollen wir eigentlich gar nicht hören ja das war so ja und was ist da los wenn die Partei die Basis zu Recht beklagt dass SPD und CDU den Fehler gemacht haben die andere Seite nicht zu hören eben auch die Next Scientists for Future nicht zu hören was ist jetzt plötzlich bei der Basis und bei all diesen Parteien los dass die eben ja auch sagen die andere Seite wollen wir ja eigentlich gar nicht hören wir haben wir hören jetzt auch nur noch eine Seite und das ist die Anthroposophie und Rudolf Steiner wir sind die quasi die Rudolf Steiner Partei und ja das damit hat sich die Sache erledigt von wegen andere Seiten hören interessiert uns nicht mehr so kam es rüber so hat das auf mich gewirkt ja so nur weitere Kurznachrichten es gab ja diese gute Sendung von Arte über Aknotologie also wie sozusagen die Pseudowissenschaft unserer Universitäten gezielt Nichtwissen erzeugt und Unwissenheit in der Bevölkerung erzeugt und so weiter wie der Konzerneinfluss auf die Pseudowissenschaften der Universitäten dazu führt dass wir eigentlich gar keine Wissenschaft an den Universitäten mehr haben weswegen es ja den Weltrat als die letzte und die Next Scientist for Future als die letzte Bastion geben musste sozusagen und die letzte Bastion der Wahrheit geben musste weitere Kurznachrichten ach so was ist hier los ja das kann ich dann schon weg weitere Kurznachrichten was habe ich hier noch ja ich lese es mal vor jetzt sind wir wieder bei unserer letzten Talkshow Matriarchats Diskussion Frage Fragezeichen ist der Mensch ein matriarchales Tier und hat der bösartige patriarchale Raubtier Kapitalismus uns diese glückliche Lebensweise geraubt und damit wir mehr kaufsüchtig kaufsüchtiger konsumsüchtiger shoppingsüchtiger werden weil so glückliche Menschen kaufen einfach zu wenig wurde unser Glück zerstört und müssen wir Reformen so machen dass jeder der das möchte nur der der das möchte eventuell über die Hausarzt Gesundheitskommunen einen Weg finden kann in eine matriarchale Kommune in ein matriarchales Kommunenexperiment und wer das nicht möchte macht es nicht Freiheit über alles ja und dann nochmal zur Erinnerung über den vorteilbringenden Irrtum der Expertin die wir natürlich aufs schärfste kritisieren ja wir brauchen in jeder Talkshow immer mindestens einen Gegner aber unsere Arbeit besteht daraus den Parteimitgliedern und den WählerInnen zu sagen warum dieser Experte sich irrt und wo er sich irrt und eben ein vorteilbringender Irrtum ist sozusagen der dass in der Natur haben unendlich viele Organismen die Tendenz ich lese mal vor viele Tiere lösen bei anderen den Abgang ihrer Leibes Frucht oder ihres werdenden Kindes aus das sind quasi Infantizide Kindstötungen per Abtreibungs Provokation oder Abgangs Produktion Provokation und bei uns Menschen gibt es das auch als in Mode gekommene Aufforderung zum selbstlosen selbst auslöschenden Schenken also es ist ja unheimlich weit vorbereitet bei uns die Moral ja man muss doch man muss doch sich aufopfern und man muss doch den Kindern in Afrika den hungernden Kindern die muss man doch retten und den muss man doch schenken und so weiter anstatt sozusagen dieses Hungerproblem ein für allemal grundsätzlich so zu lösen wie wir es ja schon oft vorgeschlagen haben sondern spendet gibt und warum ist das ein vorteilbringender Irrtum für einen der eine Abtreibung durchführen will quasi weil dann die Personen und ein Mitglied von wir 2020 EU ein noch Mitglied das jetzt zur Basis wahrscheinlich wechseln wird hat mir berichtet wie sie Geld jeden Monat Geld überwiesen hat nach Afrika und stellen wir vor solch eine Person die hätte normalerweise würde sie drei Kinder bekommen und stattdessen kriegt sie jetzt nur noch ein Kind weil sie ja so viel Geld jeden Monat nach Afrika oder sonst wie schickt aus moralischen Gründen dadurch sind dann quasi indirekt zwei Kinder abgetrieben worden hier in Deutschland und damit ist Platz entstanden für die Kinder des jeweiligen Manipulators denn warum begeht eben diese ein Tier die Provokation des Abgangs der Leibesfrucht bei einer anderen Frau sozusagen bei einer anderen Person oder warum töten Löwenmänner die Löwenbabys weil es darum geht Platz für mögliche eigene genetisch eigene Kinder zu schaffen und auch Nahrungskonkurrenten zu verhindern für die eigenen Kinder und 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 ja also es geht letztendlich um freien Platz und freie Fahrt für die eigenen genetischen Kinder und dazu manipuliert man den psychischen Zustand des anderen Organismus so hin dass er sozusagen entweder Kinder erst gar nicht bekommt oder wenn er gerade schon schwanger ist diese Schwangerschaft abbricht sozusagen und ein Abgang erfolgt sozusagen ja und genau genommen hat die Expertin die anwesend war genau diesen vorteilbringenden Irrtümern Aller aller Infanzizitalen sozusagen in der Welt aller potenziell Kindstötenden und ja nur noch mal der Hinweis manche denken ja Kindstötung das gibt es doch bei uns nicht noch einmal die Forschung hat gezeigt die Wahrscheinlichkeit dass einer der weiß dass er nur der Stiefvater eines Kindes ist also nicht der leibliche Vater ist die Gefahr dass er dieses Kind totschlägt oder foltert oder missbraucht oder sonst wie ihm Schlechtes tut ist ungefähr 40 mal größer als wenn dieselbe Person denkt dass sie der leibliche Vater des Kindes sei ja also wir sind nach wie vor eine Gesellschaft in der Infantizid an der Tagesordnung ist ja Kindstötung ist Standard bei uns weil wir ein Tier wie jedes andere sind die Masse sieht nur ein falsches Weltbild die Sonne wandert um die Erde und das reicht ja auch aber wenn Probleme wie in unserer Evolution auftauchen mit der Erfindung von Tauschhandel Markt und Arbeitsteilung und deren Folgeerscheinungen mit diesem brutalen pathologischen patriarchalen Raubtierkapitalismus der unser aller Leben zerstört und den Planeten zerstört und alles zerstört dann reicht das eben nicht dann muss man das aufziehen groß aufziehen und sehen ja ja noch einmal ein Volksentscheid Wahlprogramm wo ist es hier also eine gute Partei macht nur noch das ist ja Teil unserer Machtbegrenzung beziehungsweise Demokratisierungskette schreibt nicht ein Wahlprogramm nicht einseitig sondern stellt immer verschiedene Vorschläge verschiedener Experten den Wählern im ersten Volksentscheid zur Auswahl und legt überhaupt keine Selbstherrlichkeit mehr an den Tag sondern lässt immer die Wähler entscheiden ja 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 und David Claudio Sieber hatte ja David Claudio Sieber hatte ja sozusagen auch noch einen Vorschlag zu unserer Machtbegrenzungskette dazu gefügt nämlich ich sage Ihnen jetzt mal wie wir ihn umgearbeitet haben nämlich zwischendurch kann man ja so jede Woche einmal den Wählerwillen erfassen indem man quasi einen simulierten Volksentscheid macht und dadurch weiß man dann was man jetzt sofort im Parlament zu machen hat und muss nicht den nächsten großen Volksentscheid abwarten denn es ist ja schon eine große Sache 45 Millionen Menschen an die Wahlurne zu bringen ist ja ein großer Aufwand aber mal eine repräsentative WählerInnen Stichprobe von 1000 Leuten für eine simulierte Bundestagswahl heranzuziehen das kostet vielleicht 2000 Euro 3000 Euro 4000 5000 Euro und damit hat man dann mit geringem Kostenaufwand trotzdem ein brauchbares Ergebnis denn wenn diese repräsentative WählerStichprobe quasi unter Überwachung des Bundeswahlleiters wirklich auf Repräsentativität geprüft ist kann man das ja dann als Partei verwenden um die nächste politische Entscheidung im Bundestag fällen zu können ja und ja wer eine gute Partei sein will denkt sowieso nur noch in solchen Volksentscheiden das ist unsere Empfehlung und leider ist die Basis davon noch unendlich weit entfernt sie will das noch nicht mal mehr hören so weit ist sie schon von der Basis Demokratie jetzt wieder entfernt denn Volksentscheid Wahlprogramm zu denken ist schon der erste Teil der Demokratisierungskette und der Machtbegrenzungskette die wir vorschlagen würden aber wie gesagt bitte wählt alle die Basis denn 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 sie macht wenigstens keine Diffamierungskamme gegenüber ihren Freunden die sie bekannt machen und die ihren Namen immer wieder bekannt machen und die ihnen quasi helfen indem sie immer wieder über sich sprechen und sie bekannt machen ja also und manchmal vergesse ich das aber das wird man mir nachsehen jeden Tag sage ich ja auch ja also liebe Basis liebe Herren Damen Sieber Bhakti Füllmich Schiffmann Köhnlein Reuter Rosen ja Herr Bodo Schiffmann bitte wechseln sie zu die Basis wir 2020 ist nicht mehr tragbar ja die EU wir 2020 EU ist nicht mehr tragbar oder wechseln sie zu wir 2020 de von mir aus aber wir 2020 hat sich mit dieser Diffamierungskampagne selbst zerstört die Zerstörung von wir 2020 ja und ja es war auch bei dieser Diffamierungskampagne kommt ja dann auch vor dass man sich darüber entrüstet als dürften wir nicht über diese öffentlichen Personen als dürften wir die nicht ansprechen dürften nicht über diesen Kontext und diesen Kontext dieser Personen sprechen und so weiter als ob also die wollen uns eigentlich schon wir 2020 diese Personen wollen uns eigentlich schon das das journalistische Freiheitsrecht absprechen Schluck Wasser dabei hatten wir ja bis jetzt immer nur Werbung für die Parteien gemacht und quasi letztendlich nur den Bekanntheitswert dieser Parteien jedes Mal wenn wir einen solchen Namen erwähnen und ich sage jetzt folgendes lieber Professor Sucharit Bakhti ich habe leider bisher nur ausführlich mit ihrer Frau telefoniert Schluck Wasser distanzieren sie sich ganz hoch offiziell und bestehen sie darauf dass wir 2020 auf ihrer Homepage ihre Distanzierung veröffentlicht denn die Partei hat sie ja offiziell gemeldet gehabt als Freund der Partei dargestellt gehabt bitte entziehen sie dieser Partei jetzt diese Freundschaft denn diese Partei diffamiert Professoren andere Professoren ja und Professoren Krüppchen also private Professoren Krüppchen sozusagen von 23 Professoren Doktoren Wissenschaftlern Denkern und so weiter und bitte lieber Professor Bakhti fordern sie wir 2020 auf dass die eine offizielle Verlautbarung auf die Homepage bringen müssen dass sie jegliche Unterstützung der Partei wir 2020 als externer Experte und so weiter entziehen ja also damit haben wir auch das wieder gemacht obwohl es gar nicht nötig wäre denn ich rede ja die ganze Zeit über diesen Kontext in dem es immer geht um und alles was ich sage ist ja quasi eine direkte Ansprache an sie an die Basis an Sieber Bhakti Füllmich Schiffmann Köhnlein Reuter Rosen und all die anderen ja und so zu tun als sei das irgendwie unerlaubt ist schon wieder eine sogenannte falsche Verdächtigung ja und ist wahrscheinlich auch schon wieder an sich wieder strafbar ja möglicherweise ja so also es geht weiter wir sind aber gleich fertig denke ich mit den Kurznachrichten ja und jetzt kommen wir noch mal zu der hochinteressanten Frage sind matrilineale Kommunen erfolgversprechender oder patrilineare Kommunen oder oder ganz andere wenn der Vater sein eigenes Kind füttert stellen wir uns also die Situation vor wir haben einen Mann mit extrem guten Genen mit einer bestimmten neuen Mutation im Genbestand in seinem Genom die ihn unheimlich leistungsfähig macht er findet unheimlich viel Nahrung und wenn der jetzt diese Nahrung die er findet an seine Kommune schenkt dann füttert er damit auch seine eigenen leiblichen Kinder die sich darunter befinden ja und dann kann in seinem leiblichen Kind befindet sich mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch dieses neue tolle Gen und dadurch wird dann sein Kind in der Gruppe total gut genährt entwickelt also auch diese Nahrungsfindungsfähigkeiten auch zu vollster Blüte und dann bekommt dieses Kind besonders schnell also besonders schnell wieder ganz viele leibliche Kinder in der Kommune weil die Frauen natürlich ihm Zugang zu den Eizellen gewähren und dadurch breitet sich dieses neue Gen in rasend schnellem Tempo in dieser Kommune aus und diese Kommune wird insgesamt leistungsfähiger und wird insgesamt sich in der Evolution andere eher auskonkurrieren können und still und leise werden andere Kommunen kleiner werden vielleicht irgendwann ganz verschwinden und diese Kommunen Art wird sich ausbreiten und wird Ableger finden und so weiter das kann ganz friedlich laufen aber Evolution findet nun mal immer statt jetzt stellen wir uns die matrilineare Kommune vor wo das Kind der Mutter also das Kind der Mutter zwar auch dieses tolle Gen hat nämlich von dem von einem Besuchsliebe die aus einer anderen Kommune kam also da ist ja dann der Samenspender stammt ja quasi aus einer anderen Kommune und das Kind lebt in einer anderen Kommune sozusagen und dann hat zwar das Kind das gleiche Hochleistungsgen wenn aber zufällig die Brüder dieser Mutter nur ganz schlechte Nahrungsfinder sind dann wird dieses Kind extrem schlecht ernährt obwohl es gute Gene trägt ein gutes Gen einträgt dadurch wird dieses Kind seine die Fähigkeit aufgrund des Nahrungsmangels die Fähigkeit zum guten Futterfinder zu werden praktisch nicht entwickeln können oder nur ganz schwach entwickeln können wird deswegen für die Frauen anderer Kommunen wieder wenig attraktiv sein wird keinen entsprechenden Ruf als guter Futterfinder haben und deswegen wird es in den anderen Kommunen wenig leibliche Kinder von ihm geben und dadurch wird sich dieses Gute geben trotz seiner Gutheit nicht schnell ausbreiten und dadurch ist die Gesamtleistungsfähigkeit dieses Systems steigt also weniger schnell an als in dem anderen System und dadurch werden diese Arten von Kommunen also die matrilinealen eher tendenziell aussterben als dass sie dass sie überleben könnten und das ist also der Nachteil das ist könnte ein möglicher Nachteil des von der Expertin geschilderten materiellinearen Weges sein oder der materiellinealen Kommunen Formen während die unser Ur- oder Vollmatriarchat wo quasi die Männer ihre leiblichen Kinder im Prinzip selber füttern das ist das wohl wahrscheinlich effizientere Modell aber das kann ich jetzt noch nicht als endgültig entschiedene Sache darstellen darüber muss man nochmal diskutieren vielleicht am Montag in der nächsten Talkshow also ich lese nochmal vor wenn Vater füttert statt unfähigen Onkel können sich gute Gene schneller ausbreiten da Kind mit guten neuen Genen besser besser genährt und die guten Gene besser ausbreiten kann und das könnte ein möglicher Vorteil sein für die urmatriarchalen Kommunen die wir ja empfehlen als Kommunen Modell ja und dann habe ich hier noch Schluck Wasser ja und diese Ungeheuerlichkeit ja diese ganze Diffamierungskampagne verschweigt ja auch dass man mich ja kennt und in und auswendig kennen kann vom Corona-Ausschuss von Kai Stuth das sind ja insgesamt ja vier Stunden Talkshow ja Talksendungen und also man kann uns in und auswendig kennen und man tut so als ja und behauptet einfach uns gibt's gar nicht ja uns gibt's auch gar nicht ja und dabei bei uns zum Beispiel jetzt bei beim Arbeitskreis Next Scientists ist Professor Harald Wallach dabei und nur die Tatsache dass der nicht ständig irgendwelchen Einladungen folgt weil er viel anderes zu tun hat oder dass unser berühmter Dr. Michael Spitzbart der an die 100.000 Klicks zuletzt hatte bei Punkt Preradovic einem der besten Sender oder der am wenigsten schlechten Sender des Internet Fernsehens ja dass die natürlich dass der natürlich nur kommt und dass der sich natürlich auch vorsichtig ist damit sich jetzt irgendwie in Assoziation mit einer Partei wie wir 2020 oder die Basis zu bringen die ja immerhin in der Öffentlichkeit als ja als teilweise als rechte Parteien beschimpft werden obwohl es gar nicht schlimm denn die Gefahr ich sehe die Gefahr bei den Neuparteien eher im linksradikalen Bereich ja und aber das das kommt ja alles noch aber dass die natürlich nicht jederzeit jeder Einladung zum Beispiel Dr. Spitzbart ist der Einladung vom Corona Ausschuss nicht gefolgt er wusste ja dass ich komme und die Next Scientist for Future vertrete und er dachte das das macht er schon gut und ja und vielleicht wollte er eben auch vielleicht hatte er keine Lust in Verbindung mit dem Corona Ausschuss gebracht zu werden ja also lassen sie doch den Mitgliedern der Next Scientist for Future übrigens das war eine recht gute Sendung er hat also auch unsere Sichtweise letztendlich recht gut seine Sichtweise deckt sich ja sehr gut mit unserer Sichtweise der Mehrheits Sichtweise bei den Next Scientist for Future und beim Weltrat also schauen Sie bitte sofort gucken Sie sofort bei YouTube nach Punkt Preradovic Dr. Basis 5,0 Prozent bekommt wenn Sie mich fragen was die kriegen würden also Stand jetzt ja also würde ich sagen die wir 2020 hat im Moment ein Potenzial ich würde darauf wetten dass sie nicht mehr als etwa 1,3 Prozent im Moment kriegen würde und die Basis vielleicht 1,8 Prozent alles andere würde mich sehr überraschen da müsste ich mich dann wirklich sehr irren und dann darf man mir in Zukunft sagen ja offensichtlich haben Sie in der Politik Einschätzung keine Ahnung ja dafür bin ich auch kein Spezialist das mache ich nur aus meiner Erfahrung heraus als Mensch und Bürger und als Analysant von Parteien und Politik geschehen ja ich lese das nochmal hier vor bevor ich es wegschmeiße also hier wer eine gute Partei der Zukunft sein will sollte in Volksentscheid Wahlprogrammen denken ist erster Teil der Demokratisierungskette na gut zwischendurch ja das kann ich wegwerfen so dann habe ich das jetzt alles auf einer Seite hier das kommt in die Talkshow Vorbereitung das wird nochmal am Montag am Anfang besprochen ja ich glaube ich bin durch und morgen geht es weiter mit diesem Skandal wir 2020 hat sich selbst zerstört nicht wählbar gemacht denn die diffamieren ihre Freunde was machen die dann wohl mit Gegnern die darf man nicht auf die Menschheit loslassen geschweige denn in ein Parlament wählen wechselt alle liebe unsere liebgewonnenen Freunde aus wir 2020 EU wechselt alle sofort in die folgt wechselt in die Basis ja das war's und morgen geht es weiter mit der Aufdeckung dieses Diffamierung Skandales seien sie gespannt auf die morgige Talkshow ich will es nur nicht in einer Sendung machen die würde nämlich fünf Stunden lang da kommt noch ungeheuerliches kann ich ihnen versprechen es wird von Tag zu Tag ungeheuerlicher Tschüssi bis morgen